Hände hoch! Hörts bald! Du, geh auf! Hände über den Kopf! Das war's! Bleib stehen! Garrett ist gestern aus dem Knast entlassen worden. Und warum erzählst du mir das? Das war der einzige Fall, den wir nie restlos gelöst haben. Sieh dir das an. Hat sich unter seinem eigenen Namen eingetragen. Hat ihn mal jemand besucht? Wen besucht? Garrett. Muskel. Überall Muskel. Aufhören! Schluss jetzt! Wollen wir da nicht mitspielen, Stevie? Wissen Sie, ich habe das Gefühl, wir sind uns schon mal irgendwo begegnet. Also weißt du, du bist der erste Mann, der mich beim Armdrücken besiegt hat. Du bist fast so stark wie Obelix. Halt! Eine rosa Tasche zu klauen. Oh, Sheriff, war das Ihre Karre? Verpfeif dich, bevor unsere Kollegen kommen. Was? Nachdem Garrett seine Zeit abgesessen hatte, fuhr er nach Miami, um nach seinem Freund Duran zu sehen und seinen Anteil zu kassieren. Garrett fand dann auch Duran. Aber Duran hatte ein vollkommen neues Gesicht. Und einen neuen Namen, aber immer noch den alten Killer-Instinkt. Eine wirklich aufregende Geschichte. Weiter! Jetzt herabten Sie mal, was wir als nächstes gefunden haben. Garets Leiche. Wir sind überzeugt, dass Ralph Duran die Millionen bestens angelegt hat. Und hier vor uns sitzt. Garets Leiche. Garets Leiche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020